Und Cesar, wie sieht's aus? Kommst du rein oder? Ja, so letzte Viertelstunde werde ich versuchen, noch was rauszureißen. Dann sehen wir, wenn's auch ein Tor von dir, oder? Ja, ich hoffe, mindestens eins. So, Viertelstunde reicht für zwei. Aber was sagst du zum Gegner? Ja, die sind richtig robust, die Bullschen, ne? Robust? Das haben wir gar nicht erwartet, ne, so große Kampfmaschinen. Der vorne, der blonde, ja, der ist schnell. Der andere Zähne ist fußballerisch begabt. Und hinten stehen die dich, also Kompliment. Ja, verdient mit 2-0 in Führung gegangen, ne? Auf jeden Fall. Wir sind froh, dass du Halbzeit steht, 2-2. Ja, und jetzt können wir vielleicht in 2. Halbzeit was zulegen. Ja, wenn jetzt der Edeljoker kommt. Das war einmal. Alles klar, dann zeig was. Jawohl.